Ja hallo zusammen, heute geht es um 360 Grad 3D virtuelle Rundgänge über das Internet. Hört sich etwas kompliziert an, ist es aber gar nicht. Mein Name ist Marco Wittmuch von Glamour Pixel Fotodesign aus Gelsenkirchen. Ich bin Werbefotograf und ja, wir haben jetzt seit einiger Zeit diese 360 Grad 3D Aufnahmen bei uns im Portfolio. Und ich möchte Ihnen gerne mal zeigen, was hier alles möglich ist. Das ist jetzt hier das Beispiel der Schauburg in Gelsenkirchen, also dem Schauburg Filmpalast. Ein altes historisches Kino von 1929. Und ja, wir haben diesen 360 Grad Rundgang erstellt, damit die Kunden oder Kinogäste sich einfach mal ganz schön einen Überblick verschaffen können, wie dieses Kino aufgebaut ist. Ja und so kann man im Prinzip, ja egal ob man aus der gleichen Stadt kommt oder von weiter her, sich schon mal einen sehr schönen Einblick verschaffen. Man kann hier in die einzelnen Kinoseele auch reingehen. Das ist jetzt hier ein kleinerer Kinosaal, das Studio. Und ja, man kann sich dort umschauen und sehen, bevor man im Prinzip sich Tickets kauft online oder sich einen Film anschaut. Ja, sagt das Kino mir zu? Ist das mein Geschmack? Möchte ich dort gerne hin? Und in so einem historischen Kino wie hier im Foyer gibt es natürlich einiges zu sehen. Diese Punkte, die Sie überall sehen, das sind sozusagen Beschriftungsmöglichkeiten. Da steht ein alter Filmprojektor. Und wenn man mit der Maus da drüber fährt, dann wird im Prinzip die Beschriftung angezeigt. Ja, die ganze Technik, die funktioniert wunderbar auf allen Computern. Das heißt Windows-PCs, aber auch Mac-Computern. Man kann sich hier durch Klick auf die Maustaste oder auch mit den Cursor-Tasten wunderbar bewegen. Also hier auch Stockwerke hochlaufen. Wir sind jetzt hier im ersten Stockwerk dieses wunderschönen alten Kinos. Und man kann sich hier in aller Ruhe umsehen, ohne großen Besucherverkehr, ohne dass man angesprochen wird. Und das ist ja manchmal ganz nett. Wir gehen mal hier im ersten Stock in dieses Lux-Kino hinein. Da kann man hier die Treppen runterlaufen und wirklich zwischen den Sitzreihen mal schauen, wie denn da überhaupt die Sicht und die Perspektive auf die Leinwand wäre. Und man kann hier sogar über die Sitzreihen springen. Ja, und diese kleinen Kreise, die Sie auf dem Boden immer wieder sehen, das sind im Prinzip die Kamerastandpunkte. Also so eine Tour wird aus verschiedenen Panoramen zusammengesetzt. Es werden auch 3D-Daten generiert, wie Sie hier sehen. Das heißt, man hat wirklich so eine sogenannte Puppenhaus-Ansicht. 3D-Daten, wo man dann sieht, wie die ganzen Sachen zusammengesetzt sind in verschiedenen Ebenen, Etagen. Man sieht die Flure, die Notausgänge. Das ist natürlich ziemlich spektakulär. Das kann man mit einem normalen Fotooperat so gar nicht erfassen. Und das ist natürlich etwas, wo Sie Ihre Gäste und neuen Besucher begeistern können. Ja, das hat man so noch nicht oft gesehen. Und in der Qualität, wie Sie es hier sehen, gibt es das auch noch nicht ganz lange. Das ist eine neue Technik aus den USA. Und ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Und ja, wenn man bedenkt, dass dieser Rundgang, den Sie jetzt hier sehen, dass der aus über 40.000 Einzelbildern entstanden ist, dann kann man sich vorstellen, dass es zwar einiges an Datenmaterial ist, aber die Arbeit ist überschaubar. Also wir waren jetzt wirklich in der Lage, dieses schon relativ große Kino innerhalb von einem halben Tag dort abzufotografieren mit Panoramaaufnahmen. Ja, und es ist also so, dass man im Prinzip hier bestimmen kann, wo man überall lang gehen möchte. Also alles das, was begehbar ist, sind wir auch abgegangen mit den Kameras. Und das wird dann später zusammengesetzt zu einer virtuellen Tour. Und auch wenn Sie jetzt mit dem Tablet oder Smartphone im Prinzip auf diesen Rundgang klicken, der anwandfrei auf Ihrer Webseite auch eingebettet werden kann, er kann über die sozialen Medien geteilt werden. Und das ist ja richtig spektakulär, wie man hier den gesamten Saal sieht. Das ist, ja, man kann auch Dinge machen, die man sonst nicht machen würde, über die Sitzreihen springen und sowas. Und kann sich hier an diesen Beschriftungen orientieren. Da sind Sie völlig frei, was hier angezeigt werden soll. Ja, das machen wir ganz nach Belieben mit den Beschriftungen. Das ist dann jetzt hier der Notausgang in diesem alten Kino. Und ja, das hat alles ziemlichen Charme, muss ich sagen. Und der kommt auch, glaube ich, ganz rüber. Also alle Bilder, die Sie hier sehen, sind völlig unretuschiert. Das heißt, Sie sehen wirklich so eine Perspektive, wie jeder Besucher es auch erfahren würde, wenn er das Kino persönlich betritt oder dort einen Rundgang macht. Sie sehen hier unten auch die einzelnen Aufnahmen der geführten Videotour sozusagen. Also man kann, wenn man keine Lust hat, da einzeln durchzuklicken, kann man auch hier unten links den Play-Knopf drücken. Und dann kann man sich im Prinzip, ja, sozusagen Popcorn holen und diese geführte Videotour einmal durchlaufen lassen. Hier ist zum Beispiel so ein historisches Kassenhäuschen. Da sind wir natürlich auch reingegangen und haben uns da drin mal umgesehen mit dem Grammophon und dem alten Etikettenspender oder Eintrittskartenspender, der dort ist für die Rollen. Ja, und da kann man hier nochmal den Eingangsbereich sehen und so weiter. Es ist nicht ganz zu sehen wie ein Video, sondern es sind eben Panoramaaufnahmen, die einzeln überblendet werden. Das ist anfänglich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auf der anderen Seite hat man fast so einen Eindruck, als würde mit einer Drohne hier rumgeflogen werden und würden die Aufnahmen gemacht werden. Das ist also wirklich eine ganz nette Geschichte. Und wenn man jetzt diese automatische Tour ablaufen lässt, dann ist es so, dass man automatisch einen Rundgang durch das gesamte Kino machen würde mit allen Seelen. Man kann aber diese Tour jederzeit abbrechen und sagen, hier diesen Bereich möchte ich mir einmal etwas genauer anschauen und kann aber auch zu einem anderen Punkt springen und sagen, okay, ich möchte mir hier diesen großen Hauptsaal nochmal ansehen, der auch wunderbar instand gehalten wird und die Sitze sind alle schon mal ausgetauscht worden vor einigen Jahren. Ja, und das ist wirklich ein Erlebnis, schon bevor man das Kino besucht hat. Und man kann natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte vielleicht einen anderen Filmsaal mir aussuchen. Und da ist man natürlich völlig frei. Also wir betreiben mit den verschiedenen Kinobetreibern da auch rege Diskussionen, was da alles gezeigt werden soll, welche Bereiche vielleicht nicht so drauf kommen sollten, die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Also da ist man völlig frei, was man da in diesen Rundgängen zeigt. Ja, eigenen Speicherplatz brauchen Sie übrigens gar nicht auf Ihrer Webseite. Also was Sie von uns bekommen, ist ein Link zu einer Cloud. Und dieser Link, der wird einfach auf Ihrer Webseite platziert, sodass Sie im Prinzip da minimalen Einrichtungsaufwand haben und tatsächlich nur diesen Link teilen oder einbetten müssen auf Ihrer Webseite. und alles andere geht dann im Prinzip automatisch. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig Aufwand dann für Sie und macht es Ihnen wirklich sehr einfach, diesen Rundgang zu zeigen. Sie können auch per WhatsApp, per Facebook einfach teilen. Und das macht die Sache natürlich sehr leicht zu verbreiten und da können Sie wirklich eine sehr hohe Sichtbarkeit auch bekommen. Zumal diese Technik noch nicht von vielen Kinos jetzt angewendet wird. Die meisten sagen, okay, wer das Kino halt sich anschauen will, der soll halt vorbeikommen oder ein Ticket kaufen, eine Eintrittskarte für einen Film. Aber manche googeln dann halt erstmal und wollen sich vorher schlau machen, bevor sie dann so ein Kino besuchen oder möchten halt vielleicht jemanden überraschen, möchten aber auch sicher gehen, dass sie dann halt auch eine Kinokarte kaufen von einem Kino, was einem gefällt. Wir gehen hier jetzt nochmal in das Lux Kino. Das ist jetzt diese automatische Videotour und Sie sehen, also jetzt in diesem Moment drücke ich weder irgendeine Taste auf der Tastatur noch mache ich irgendwas mit der Maus. Also es geht alles automatisch. Wenn Sie also weitere Fragen haben oder selbst so eine Tour gerne für Ihr Kino haben möchten, nicht nur für die Schauburg hier, sprechen Sie uns gerne an. Wie gesagt, mein Name ist Marco Wittmuch von Glamour Pixel Fotodesign aus Gelsenkirchen. Sie finden unsere Webseite unter www.glamourpixel.de Besuchen Sie die gerne. Ich schwöre, es lohnt sich. Da gibt es jede Menge Sachen zu sehen, angefangen von der Produkt- und Werbefotografie und natürlich einige Referenzen dieser spektakulären 360-Grad-Touren. Tschüss!